Fritzchen geht mit seiner Mutti spazieren. Auf der Straße liegt ein schmutziges Auto. Fritzchen möchte es aufheben. Die Mutti hält ihm am Arm zurück und sagt, was auf der Straße liegt, hält man nicht auf. Am nächsten Tag ist Fritzchen mit seiner Mutti unterwegs. Diesmal findet er auf der Straße dreckige 5 Euro und will ihn wieder aufheben. Mutti hält ihn wieder fest und sagt, was auf der Straße liegt, hält man nicht auf. Am darauffolgenden Tag ist Fritzchen mit seiner Mutti und sein Opa unterwegs. Plötzlich stolpert der Opa und fällt auf die Straße. Seine Mutti möchte, dass Fritzchen ihm beim Aufstehen hilft. Doch Fritzchen antwortet, was auf der Straße liegt, hält man nicht auf. Fritzchen süß ist Fritzchen spazieren. Fritzchen spaziert ein, Blenn benutzt ein bis zu der Straße. Vielen Dank.